Dass ich heute 14.000 Euro hier auf dem Tisch legen muss, das hätte ich nicht gedacht. Das ist wirklich ein Traumstück der 20er Jahre, der goldenen 20er Jahre. Der Verkäufer und ich waren uns doch eigentlich ziemlich einig über den Preis. Er hat auch ziemlich gut verhandelt und auch wirklich gut gepokert. 14.000 Euro hören sich im ersten Moment wirklich nach sehr, sehr viel Geld an. Jedoch, davon nicht vergessen, ich habe jetzt knapp 300 Gramm 750er Gold gekauft und da finde ich ein Angebot von 14.000 Euro absolut angemessen. Und ich denke, dass man auf jeden Fall nachher im Verkauf einige Leute noch erreichen kann, die zum einen Spaß an dem Etui haben und zum anderen auch ihr Geld in Gold anlegen möchten. Das Schöne an meinem Job ist ja eigentlich auch, ich handele ja mit Anlagen. Gold ist ja auch immer eine kleine Wertanlage. Und von daher denke ich, dass ich auch hier mit dem Etui eine lohnende Investition in mein Geschäft gemacht habe.